So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist wieder Montag, das heißt, wir haben wieder eine weitere Folge Max Out Monday am Start. Gestern war noch der Otaro Z-Day, der Community Day mit Otaro. Wir haben da ein bisschen gestreamt am Anfang. Ich habe gesagt, mein Ziel ist die 99 Cent Ticketforschung abzuschließen im Stream, zu gucken, was da für Encounter dabei sind. War wieder mal an sich nichts weltbewegendes, aber trotzdem für die 99 Cent komplett akzeptabel. Einmal im Monat 99 Cent für diese kleine Spezialforschung zum Community Day. Sollte sich jeder leisten können für sein Hobby. Jeder, der immer fragt, soll man die sich holen? Holst du dir Ramses? Ja, 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 mag ich auf jeden Fall. Im Stream wollte ich ja eigentlich dann drei Shinies mindestens bekommen, dass ich auch die Familie durchentwickeln kann. Es waren dann in der kurzen Stream-Zeit, ja, fünf, glaube ich, fünf Stück. Mehr als genug also. Wenn ihr 50 habt, dann könnt ihr ungefähr 45 wieder wegschmeißen, weil das ist ja auch kein Tauschmaterial und so weiter. Und was ich gestern aber nicht gemacht habe, ist noch ein Atmurai auf Level 50 ziehen. Ich habe ein hundertprozentiges Zwotronin auf Level 50 gezogen. Ach, ich habe ein hundertprozentiges Zwotronin auf zum Atmurai entwickelt. Es tut mir leid, ich bin total, man hört es ja vielleicht auch an der Stimme, deswegen muss ich meine Gedanken ein bisschen zusammennehmen. Ein bisschen krank. Und weil gestern eben der Otaro C-Day war, wir ein Atmurai nicht gemaxed haben, was ich sonst immer noch mache. Und ich dachte, das ist ein Starter. Es gibt noch andere Starter. Wir haben insgesamt sechs Starter, Wasserstarter mittlerweile im Spiel. Möchte ich heute einfach mal hier, jetzt ist wieder alles laut, möchte ich heute einfach mal kurz eine Wasserstarter-Edition machen von Max Out Monday, wo wir einfach alle Wasserstarter auf Level 50 Maxen und so weit das möglich ist. Was ich noch kurz zeigen wollte, vier und Sternchen. Ich habe ja gestern, wie gesagt, ich hatte ein Zwotronin, ein altes, was ich dann entwickelt habe. Ein hunderter zu Atmurai. Nach dem Stream habe ich noch zwei hunderter bekommen. Das fand ich auf jeden Fall cool. Mir haben nämlich genau zwei gefehlt. Sodass ich dann die Familie wieder vollständig habe. Otaro, Zwotronin und natürlich auch Atmurai. Könnt ihr hier sehen. Ist es kurz nach dem Stream gefangen. Hier Thüringen, Straufhain, Deutschland, 19.09. Und einmal hier noch 19.09. Aungrund, Thüringen, Deutschland. Manchmal steht auch Römel da. Ist immer sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall war das alles hier Hibu-Umgebung. Wir haben ja da auch eine Map. Da wurde das auch angezeigt. Dann weißt du auch, wo was sitzt. Habe das extra so eingestellt, dass das nur hunderter anzeigt. Bei bestimmten Pokémon am Seeday ist das dann also ganz gemütlich. Wenn man sich auch zu Hause am Home-Ort ein hunderter mitnehmen möchte, kann man das so machen. Jetzt, wie wollen wir das also machen? Ich gebe einfach mal ein hier. Vier Sternchen. Zack. Und Wasser. So. Und jetzt nach Pokédex sortiert. Wirkt ein bisschen komisch im ersten Moment. Aber so machen wir das jetzt. Wir haben zum Beispiel hier Tourtalk. Ja, das seht ihr gleich. Das sind alles 100%ige. Darauf legen wir jetzt aber gerade gar keinen Wert. Ist egal. Es geht nur darum, dass ich die besser finde. Dass nicht alles andere dazwischen ist. Hier, Generation 1, Tourtalk. Seht ihr, ist schon gemaxed. Ist schon ab 2788. Hat auch eine Mega-Entwicklung. Ist auch Best Buddy. Ist sogar Shiny mit Sonnenbrille. Das war damals am Shiggy Community Day. Das müssten aufmerksame Zuschauer nun schon kennen. 8.07.2018 war das Ganze. Auch Hildburghausen hin und her. Dann, wenn wir weiter scrollen, kommen wir natürlich in die nächste Generation. Nämlich in die zweite. Und haben Impergator. Wir haben Kanimani, Tyrakrog, Impergator. Das hat auch die Sidae-Attacke. Aqua Haubitze. Ist noch nicht gemaxed. Können wir jetzt aber maxen. Gehen wir natürlich hier drauf. Ziehen einmal den Button nach links. Also gehen wir einmal auf das Minus, dass das gleich am Maximallevel ist. Verwenden die 276 XL Bonbons, die noch ausstanden. Und ziehen den auf 3230. Was nimmt man hier für Attacken? Ich glaube, Impergator wurde auch oft eigentlich in der Hyperliga gespielt. Dafür ist er jetzt natürlich zu hoch. Ansonsten, Aqua Haubitze. Wir können... Komm, es ist ein Level 50er Pokémon. Wir packen einfach noch eine zweite Lada-Attacke auch mit drauf. Haben jetzt bis Aqua Haubitze Eisstrahl. Sollte man daran noch was ändern. Vielleicht die Sovordertage noch auch auf Wasser ändern oder auf irgendwas. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das machen würdet. Ich mache damit momentan eh nichts. Für Raids würde ich den wahrscheinlich auch nicht nehmen. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. So. Ich kann auch statt 100 einfach nur max eingeben. Dann weiß ich, der hat jetzt einen Namen und heißt max. So, Impergator ist also auch fertig. Und scrollen wir weiter in die nächste Generation. Nächste Generation Hydrobi, Morabell, Sumpex. Sumpex ist ein Fall für sich. Ich glaube, alle, die hier drin sind, haben Erdbeben. Hm. Alle, die hier drin sind, haben Erdbeben. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Den einen möchte ich nämlich zum Best Buddy machen. Das wäre ein Kandidat, wo man vielleicht noch eine Top-Lade-TM dann ausgeben könnte. Und eben Aquahubitse wieder mit drauf machen. Ich habe damals nur gedacht, als Heatrain in den Raids war, man hat das immer als Duo-Raid gemacht. Heatrain bezwungen. Man hat Boden-Pokémon genommen. Und wir hatten immer eine 6er-Armee, Bob und ich. 6er-Armee Sumpex. Einfach auf Level 40 ungefähr. Und haben immer mit Lehmenschuss-Erdbeben das Heatrain gemacht im Duo. Deswegen habe ich gedacht, ich brauche keine mit Aquahubitse. Ich nutze den eher als Bodenangreifer. Für die Go-Battle-League wäre es natürlich mit Aquahubitse wieder sinnvoller. Aber für die Go-Battle-League nutzt ihr den vielleicht auch eher in der Hyper-Liga. Dafür ist er ja eh schon drüber. Wir maxen den jetzt auch erstmal. Der kommt auf 3.362. Ist auch ein 100er. Und wir können auch hier eine neue Attacke noch hinzufügen. Gucken dann mal rein, was der noch so bekommt. Hat jetzt hier Lehmbrühe, Erdbeben, Lehmschuss. Welches Moveset würdet ihr zuteilen? Schreibt es auch mal rein. Ansonsten wäre es auch natürlich sinnvoll, vielleicht mal ein Krypto-Sumpex zu nehmen und zu maxen. Oder auf 2.5 zu bringen. Oder doch auf 3.362. Also wenn es ein 100er wäre. Schreibt mal rein, wo man das anwendet. Mit Kryptos bin ich noch nicht so gut. Bin ich noch nicht so grün mit. Deswegen gucke ich immer auf die ganz normalen, immer in erster Linie. Dann haben wir hier Plinfa. Pliprin. Impoleon. Da dasselbe Spiel. 100er. Kann man noch maxen. Gehen wir auch mal drauf. Auf 3.279. Auch auf Level 50 jetzt gezogen. 17 Kp dazu. Metallklaue. Aquahaubitze. Also mit Sider-Attacke. Und wir packen auch hier noch eine zweite Lade-Attacke drauf. Weil der eben auch max ist. Wasser und Stahl hat jetzt Metallklaue. Aquahaubitze. Lichtkanone. Ja, nein. Vielleicht. Kann man lassen. Muss man nicht. Egal. Jetzt hätte ich den eigentlich auch wieder Max nennen müssen. Egal. Dann haben wir hier auf jeden Fall Otaro, Zwotronin, Admurai. Den haben wir ja gestern entwickelt. Deswegen hat er auch die Aquahaubitze. Und wir werden jetzt den auch pushen. Aufs Maximal-Level 3.100. Kommt also nicht so hoch wie die anderen Starter, wie die anderen Angreifer. Und was hat er hier denn gemacht? Jetzt macht er es nicht nochmal. Habt ihr das gesehen gestern in dem Stream? Dass als ich aus der Forschung das Admurai als Pokémon-Encounter hatte und fangen konnte und das im Fangbildschirm so stand, hat er es immer links aus dem Ärmel ein Schwert gezogen, hat einmal zugestochen und hat es wieder reingesteckt. War mir so gar nicht bewusst. Ich meine, man sieht hier, okay, extrem nobles Design. Aber ich wusste nicht, dass das hier Taschen sind, vorne und hinten. Und vorne bei den Armen jeweils ein Schwert drin steckt. Das seht ihr ja sonst nicht. Ihr seht, wenn ihr so drückt, er schreit ja nur, aber er hat sein Schwert nicht rausgezogen. Aber beim Maxen eben hat er es rausgezogen. Und diese Animation habe ich vorher noch nicht gekannt. Habe ich da jetzt schon wieder. Da hat er es schnell wieder reingesteckt. Leider durch die Drehung und durch das Rumblitzen hat man das vielleicht jetzt nicht so wahrgenommen. Habe ich gestern im Angriffsbild das erste Mal gesehen, dass das Schwerter sind, die in seiner Tasche stecken, die er dann da rausholt. 3194, okay. Und eigentlich haben wir sogar noch einen übrig. Nämlich hier das Kwayutsu. Aber beim Kwayutsu habe ich das Problem. Wir könnten theoretisch eins nehmen und könnten das Maxen auf genau 3001. Sieht aus wie Stolos mit 3001. Aber alle XL Bonbons jetzt sinnlos raushauen. Dafür, dass es nur Nachthieb hat. Und es ja irgendwann eh einen C-Day bekommt. Wir dann, das werde ich wahrscheinlich dann wegschmeißen. Wir hier von eins haben. Wir hier vielleicht dann ein Froxy nehmen würden und würden ein Froxy durchentwickeln. Damit das dann ein 100er ist mit der C-Day Attacke. Und dann eine zweite Attacke drauf. Und dann auf Level 50 ziehen. Wäre das an sich schlauer. Braucht man natürlich wieder Geduld. Muss man natürlich wieder warten. Kann das natürlich nicht jetzt machen. Aber es spart auf jeden Fall Ressourcen. Ihr seht trotzdem ja auf was das kommt. Das ist ein 100er. Würde eben auf 3001 kommen. Was noch mal schlechter ist und noch mal weniger. Wundert mich sowieso. Wenn ihr das seht. 3001. 3194. 3279. 3362. 3230. Und ganz abgelegen ist natürlich Turtok mit 2788. Also es fängt schwach an. Es steigert sich Impergator. Es steigert sich Sumpex. Sumpex ganz oben. Und jetzt nimmt es plötzlich wieder ab in die nächsten Generation. Muss man nicht verstehen. Trotzdem die haben wir jetzt alle gemaxed. Alle Wasserstarter auf Level 50 gezogen. Bis auf den letzten. Morgen startet die Fashion Week. Morgen gibt es Käufwaff. Ein neues Pokémon. Was ihr dann eben auch entwickeln könnt. Also nicht entwickeln. Aber ihr könnt den Formwandel durchziehen. In den verschiedenen Regionen. Sonst wie. Ich werde mal gucken. Ob ich von jedem einen Hunderter bekomme. Ob ich in jeder Region einen Hunderter entwickeln kann. Dass wir dann eben alle Formen auf der Hand haben. Als Hunderter. Das ist wie Evoli. Nur eben als Hund. Statt als Fuchs. Und heute Abend. Chill mit Ramses. Wieder. Mal gucken wie es mir heute Abend geht. Aber heute Abend gibt es ja dann eh Bierchen dazu. Vielleicht mal ein warmes Bier. Vielleicht ist das dann besser für den Hals. Als morgen eben die Fashion Week. Gibt es auch wieder neue kostümierte Shinies. Aus Eiern. Aus Feldforschungen. Wild. Aus Raids. Wir werden am Dienstag ganz wahrscheinlich Raids für Zuschauer machen. Mit zum Beispiel Sneeble Raids. Weil das gibt es nur aus Raids. Dass wir sowas anbieten. Für die Leute die wirklich Bock auf dieses Shiny haben. Mit Kostüm. Mit Brille. Mit allem drum und dran. Das jetzt aber erstmal von meiner Seite aus. Ihr könnt ja nochmal reinschreiben. Zusammengefasst. Wie war eure Ausbeute aus dem Sea Day. Habt ihr euch die Spezialforschung gekauft gehabt. Für 99 Cent. Habt ihr einen 100er bekommen. Habt ihr eins gemaxed. Habt ihr einen Shiny bekommen. Wie viele Shinies habt ihr. Wie fandet ihr den Sea Day. Habt ihr den Bonus genutzt. Von dreifachen Erfahrungspunkten. 69% Akku. Das war es. Von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.